So und damit wollen wir die Mannschaftsaufstellung unseres Essens in Wanderol am 7 präsentieren. Im Tor und zu Nummer 21, Janin, die 2, Uwe, Hülermeier, die 4, Jaffa, Van der Werf, die 5, Marcel, Nelem, die 6, Mako, Schuster, die 8. Kapitänkommenschaft, Rund, Schoenberg, die 2, Julian, Jusspan, die 11, Sven, Mitzel, die 18, Dennis, Schrebeni, die 25, Marcel, Uria, die 28, Jonas, Stahl, als Trainer, Lukas, Kladenjak. Jungs, bitte, ihr habt alles gegeben. Mein herzliches Dankeschön dafür. Alles klar, danke. Und mit der 17. Versatzgebührung der Leopold Siegel.